Servus zusammen, ich habe Big News. Ohne Scheiß, das ist echt ein Kracher. Eines der mit Abstand beliebtesten großen Reality-TV-Formate ever kehrt zurück. Und wir gucken uns heute ein Video an, warum das eigentlich so ist. Und ich habe natürlich auch einen Beweis. Ich habe zu keinem Format so viele Nachrichten und Kommentare bekommen mit der Frage, warum wurde es abgesetzt? Und RTL lacht sich ins Fäustchen. Die Absetzung ist eine Straftat. Rest in Peace, Willi Herren. Ich glaube, ich habe noch nie so ein gutes Format gesehen. Und jetzt soll es das gewesen sein. Ihr ahnt es, es geht um Promis unter Palmen. Ganz großes Kiel. Also das Format, das komplett neue Berufszweige etabliert hat. Du wärest am besten aufgehoben, so als Camping-Schlampe. Mir ist ganz wichtig, das ist kein Gerücht. Das wird definitiv kommen. Gucken wir uns auch nachher an, warum ich das so sicher sagen kann. Und dass es wiederkommt, das ist echt eine Sensation, weil das wurde mit einer ordentlichen Ansage abgesägt. Und ja, Spoiler, es wird in Staffel 3 Änderungen geben. Gucken wir uns auch gleich an. Das Gerücht gibt es schon eine Weile. Es gibt diverse Petitionen. Vielleicht war ich an der einen oder anderen auch so ein bisschen beteiligt. Wir begeben uns jetzt so ein bisschen auf Spurensuche mit der Frage, ey, warum ist das eigentlich überhaupt realistisch? Der Leak. Langweilig, Mann! Ey, Moment Sonja. Es ist nämlich wirklich der Knaller. Und weil alle da draußen die Promis in der Palme nicht kennen sollten. Das Motto der Sendung lautete, für Geld mache ich alles. Und genau das ist auch passiert. Das Prinzip, Krawallpromis, allererste Güte, kämpfen in diversen Spielen um 100.000 Euro, die sie am Ende gewinnen können. Und der Fokus liegt aber ganz klar auf dem, was zwischen den Leuten abgeht. Die erste Staffel wurde 2020 in Sat.1 gesendet und war ein Mega-Erfolg. Ich habe eine sehr verlässliche Quelle, die mir gesagt hat, das Ganze sollte ursprünglich mal unter dem Arbeitstitel Promi Big Brother All Stars laufen. Angeblich hat man sich dann in der Entwicklung aber dagegen entschieden, weil man irgendwie nicht so richtig wusste, was macht das dann vielleicht mit der Marke Promi Big Brother. Vielleicht unterm Strich ist es auch gar nicht so cool. Also wir trennen das. Wenn wir uns den Cast jeweils so anschauen, dann ist schon auffällig, dass einige mit dabei waren, die bei Promi Big Brother am Start waren und hier jetzt bei Promis in der Palme, ich sage jetzt mal, eine zweite Chance erhalten haben. Das hat übrigens auch mal Chris Breu in einer anderen Reality-Sendung gesagt. Ex von Eva Benetato. Und daher hatte er wohl die Infos, wenn du bei Promi BB gut performt hast, hast du hier wirklich nochmal, konntest du hier dich nochmal schön beweisen. Was man echt nicht vergessen darf, Promis unter Palmen ist das letzte große Reality-TV-Format, das es wirklich auf dem Fernsehen geschafft hat. Nicht nur in Sat.1 oder auf ProSieben, ziemlich viele Versuche, auch prominent getrennt bei RTL oder auch Make Love, Fake Love, wurde alles gesendet, auch Aito. Alle, alle haben im Fernsehen richtig miese Quoten geholt. Also richtig miese. Prominent getrennt wurde jetzt zum zweiten Mal abgesetzt. Äh, jeder wird es verdient. Weil die einen sagen so, die anderen so. Promis unter Palmen hat das damals aber schon geschafft. Und zwar wirklich als letztes großes Reality-TV-Format. Wir gucken nun mal ganz kurz auf die Einschaltquoten. Für alle, die damit nicht so Berührungspunkte haben. Das ist der Wahnsinn. Es steigert sich, es steigert sich die Marktanteile, auch in der wichtigen Zielgruppe für Sat.1. 15, 17, 20 Prozent. Das ist wieder ein bisschen runter, dann wieder über 20 Prozent, dann nochmal 18 Prozent. Und ein Wiedersehen gab es auch. Diese Quoten, danach lecken sich, glaube ich, fast wahrscheinlich alle Sendermache, die Finger. Das war unglaublich. Und auch die Staffel 2 ist ziemlich gut angelaufen. Auch Kritiker waren davon erstmal mega begeistert. Ihr kennt vielleicht die Branchenmagazine, DWDL, Quotenmeter. Hatten irgendwie auch Einschaltbefehle ausgesprochen. Anja Rütz hat damals geschrieben, simples Konzept, was aber hervorragend funktioniert. Bis dann irgendwann in der legendären Folge 5 die ganze Dramatik rund um Claudia Obert ans Tageslicht kam. Das heißt, Promis unter Palmen hat auch ziemlich krass polarisiert. Wir wissen aber inzwischen auch alle, Claudia Obert und Desiree Nick haben da auch ein Geschäftsmodell entwickelt, also um sich gegenseitig irgendwie hier zu piesacken. Also was alle anderen jetzt irgendwie bei iTunes auch machen, hatten die damals schon gemacht. Ich verlinke euch hier nochmal die komplette Playlist. Die Frage ist, warum wurde das eigentlich abgesetzt, wenn es so erfolgreich war? Es war einfach ein Riesenskandal. Unglaublich besetzt. Das konnte nur krachen. Und das ist schon auch so ein bisschen das Prinzip von Promis unter Palmen. Ja, es gibt wie überall Spiele, aber es ist schon sehr, sehr, oder es wird schon ein großer Wert darauf gelegt, dass wir starke Charaktere in der Sendung haben, die auch für zu untersorgen. Machen wir uns nichts vor. Die zweite Staffel, Folge 1, wurde ausgestrahlt. 2021. Und es gab auch in Folge 1 einen ziemlich großen Skandal mit Prinz Markus. Und dann, eine Woche später, wurde das Ganze abgesetzt. Willi Herren ist verstorben. Und dann hatte der damalige Sat.1-Chef gesagt, Schluss. Promis unter Palmen war so eine Idee zu sagen, Sat.1 darf ruhig auch ein bisschen lauter sein. Das Promi-Büsen sollte damals dann auch in Sat.1 laufen. Das sollte die zweite große Reality-Sendung werden. Und da hatte dann er damals gesagt, so sieht er den Sender nicht und er will das nicht. Rein auf der Zahlenebene und auf der Erfolgsebene ist eigentlich klar, ey, das Ding muss fortgesetzt werden. Die nächste Spur, ein Hinweisgeber. Ich denke, hä? Was ist das denn für eine Ische? Ich war einen Tag im Big Brother Container. Da wurden einige eingeladen. Und am Anfang gab es eine Vorstellungsrunde, als wir im Container waren. Und die Frage war so ein bisschen, warum seid ihr eigentlich hier? Warum habt ihr Bock auf sowas? Und da hatte ich gesagt, dass ich Reality-TV liebe. Und der Macher von Big Brother und auch Promi Big Brother ist auch der Macher von Promis unter Palmen, Rainer Lauchs. So, ich saß da in der Runde und hatte dann eben gesagt, hallo, liebe Kamera, lieber Rainer Lauchs, falls du hier irgendwo gerade rumläufst auf den Gängen, wir brauchen Promis unter Palmen zurück. Wo wir hier gerade schon mal sprechen. Und wenn du irgendwie hier bist und mich zufälligerweise gerade siehst, wir müssen quatschen, wir brauchen das Format. Also, das habe ich damals im Container gesagt, in der Vorstellungsrunde. Und ihr glaubt nicht, was am nächsten Tag passiert ist. Ich habe eine Nachricht bekommen. Ich darf die Nachricht vorlesen, anonymisiert. Klar, weil die Person ist, ich sage jetzt mal, in der Produktion ziemlich wichtig. Hallo Patrick, schön, dass du gestern bei uns warst. Also bei dem Probewohnen. Du hast gestern nach Promis unter Palmen gefragt, beziehungsweise gesagt, das Format muss zurückkommen. Ich kann dir Hoffnung machen, das sieht gar nicht so schlecht aus. Die Person, die mir das geschrieben hat, kommt aus dem Umfeld von Rainer Lauchs. Von dem habe ich noch eine andere Nachricht. Zu der aber nachher, weil die ist dann nochmal spannend für uns. Der nächste Hinweis ist der Senderchef, Mark Rasmus. Der will gutes Programm. Und? Brauch auch Geld. Der vorherige Senderchef war der Sargnagel für Promis unter Palmen. Ich habe aus dem Umfeld damals gehört, der wollte und musste irgendwie auch ein Zeichen setzen. Das hat, eins sollte neu positioniert werden. Und dann war das eben auch wirklich, vielleicht ist Bauernopfer das falsche Wort, aber auf jeden Fall ein ziemlich symbolträchtiges Ende oder eine ziemlich symbolträchtige Entscheidung, das lauteste Sat.1-Format abzusetzen. Der ist aber nicht mehr an Bord. Sein Nachfolger ist Mark Rasmus, der zuvor bei Kabel 1 war. Jetzt kommt er von Kabel 1, kann man natürlich erst dann sagen, okay, jetzt hat er wahrscheinlich nicht so viel mit so Promi-Reality-TV am Hut. Aber wenn wir bei Mark Rasmus mal so ein bisschen in die Vergangenheit zurückgucken, dann wird die Sache schon ziemlich eindeutig. Er hatte damals die erste Big Brother Staffel gemacht. Also war da in der Redaktion, was wirklich hier in Deutschland der Ursprung des Reality-TVs ist. Anders kann man es nicht sagen. Also ja, Fußbräuchts und so von der modernen Farbe. Er hat auch die legendäre Promi-Big Brother Staffel mit Hupsi damals gemacht, die wahrscheinlich mit die beste ist. Das wirklich Spannende an der Sache, finde ich, ist aber, dass er durch seine erste Staffel Big Brother und auch Promi Big Brother nachher den Rainer Lauchs sehr, sehr gut kennt. Und er ist eben der Macher von Big Brother, aber auch der Macher von Promis unter Palmen. Ich habe mich so ein bisschen umgehört, wie die beiden zueinander stehen. Die vertrauen sich sehr und die schätzen auch gegenseitig die Arbeit sehr. Und man kann sich das fast ein bisschen vorstellen. Es gibt auch einen Artikel, ich blende euch das ein, da wurde so ein bisschen von einer Art Zwangsehe von den beiden gesprochen, als sie damals halt Big Brother gemacht haben, weil ja keiner wusste, was da draußen entsteht und was dann da draußen entstanden ist. Wissen wir, es war ein Riesenhit. Promis unter Palmen hört man immer wieder, war eines der Lieblingsprojekte von Rainer Lauchs. Also das war so mit seinem Baby. Rainer Lauchs, der Papa von Promis unter Palmen. Mark Rasmus, reality-affin, hat das selber schon gemacht, hat eine ziemlich starke Verbindung über Big Brother. Und die beiden haben jetzt auch wieder mehr miteinander zu tun, weil er ist jetzt der neue Sat.1-Chef. Also es liegt auf jeden Fall nahe, dass die, wenn sie jetzt wieder zusammenarbeiten, auch darüber sprechen. Der nächste Hinweis, ich habe den Mark Rasmus einfach mal gefragt. Ich habe mal eine Frage. Ist jetzt der Zeitpunkt, wo die Psychospiele beginnen? Es gab so ein Sommergrillen, heißt das, so ein Journalistentreffen und da wurde ich auch eingeladen, genau, als YouTuber. So, ich wusste auch, dass Mark Rasmus da ist und ich dachte mir, ey, ich muss ihn auf Promis unter Palmen ansprechen. Das kann nicht wahr sein, dass das Ding, dass es das nicht mehr gibt. Und ich hatte eben dieses Gerücht, dass gerade da vielleicht sich im Hintergrund was tut. Das hatte ich ziemlich massiv gehört und von mehreren Seiten bin ich zu Mark Rasmus und habe ihm halt auch einfach gesagt, lieber Mark, wir brauchen Promis unter Palmen zurück. Es führt keinen Weg dran vorbei. Was glaubt ihr, wie er reagiert hat? Also einmal hat er ein Strahlen in den Augen gehabt. So, das war mal so das Erste. Und dann seine Antwort auf mein Anliegen war, warum findest du denn Promis unter Palmen eigentlich so gut? Da haben wir uns ein bisschen ausgetauscht, warum das so ein gutes Format ist und was irgendwie auch wahrscheinlich wichtig für das Format ist. Das heißt, meine Freunde, ein Nein sieht ganz klar anders aus. Wenn ich mit dem Senderchef spreche und er weiß dann, was ich mache, also er kennt ja den Kanal und er das nicht macht und das unter ihm nicht zustande kommt, dann würde er, oder gebe ich Brief und Siegel drauf, das direkt abräumen und sagen, das kannst du ja vergessen. Übrigens, wenn man mal so ein bisschen nach der Villa schaut, in der Promis unter Palmen gedreht wurde, da kann man auch eine Anfrage senden, ob man da was buchen kann. Dann ist irgendwie auffällig, okay, gerade ist da offensichtlich zumindest für so einen langen Zeitraum nichts geblockt. Woran könnte es liegen? Und jetzt kommen wir zum Beweis. Ich habe hier eine Nachricht. Ich darf die euch auch zeigen. Und von dem ich diese Nachricht bekommen habe, ich mache eine Wette, dass viele von euch den kennen. In der Medienbranche kennen den alle. Ganz, ganz sicher. Und ich glaube auch, dass von euch viele den kennen. Ich gebe Brief und Siegel darauf, dass das eine verlässliche Nachricht ist. Wenn das nicht stimmt, lösche ich meinen Kanal. Ich muss natürlich die Person schützen. Würde aber sowas nie sagen, dass ich meinen Kanal lösche. Das ist mein Leben. Also deswegen, mir ist es wichtig, dass ihr wisst, ich glaube dem zu 100%. Here we go. Hallo Patrick, ich höre, dass du mit vielen aus unserem Umfeld sprichst. Ich habe gute Nachrichten. Promis unter Palmen kehrt definitiv zurück. Das ist eine Person aus dem Umfeld, ich habe es ja vorhin gesagt, Rainer Lauchs, Endemol, Bunny J. Wenn die Person das so schreibt, dann stimmt das zu 100%. Ganz klar, Promis unter Palmen kehrt definitiv zurück. Es soll Änderungen geben, vielleicht wird nicht mehr da gedreht, wo die vergangenen zwei Staffeln gedreht wurde. Und es soll hart sein, da sind sich alle einig, aber man hat aus den Fehlern gelernt. Das heißt, was wir zum Beispiel auch Anfang Staffel 2 damals gesehen haben, da würde man jetzt anders vorgehen. Und das finde ich auch wichtig. Es gab wohl auch einen Austausch dazu, was mit der Staffel 2 passiert. Kann man die vielleicht doch einfach auf Join online stellen oder nicht? Und das war anscheinend oder ist anscheinend auch immer noch so ein bisschen ein Hin und Her, aber es wird wahrscheinlich nicht dazu kommen. Da geht es zur Sache. Diese Staffel war der Wahnsinn. Um Willi Herren zu schützen, also unter anderem Willi Herren, kann man das so nicht mehr machen. Und deswegen ist der aktuelle Stand der Dinge, es wird nicht gemacht. Ich habe natürlich auch die lieben Leute von Sat.1 damit konfrontiert. Und hier ist die Antwort. Mindestens ebenso charmant wie vielsagend ist die Sat.1-Antwort. Promis unter Palmen ist nach wie vor eine extrem beliebte Reality-Marke. Bei unseren Zuschauerinnen und Zuschauern und bei vielen Promis. Gegen einen aufregenden All-Inclusive-Urlaub unter Sat.1-Palmen hätten einige Promis sicher nichts einzuwenden. Im Herbst 2024 lässt Sat.1 allerdings erst einmal mit Promi-Big-Brother-Reality-TV-Fanherzen schneller schlagen. Leute, also eindeutiger geht es nicht. Mein Lieblings-Reality-TV-Format kommt zurück und das ist der Oberknaller. Und wenn ich richtig informiert bin, steht der Cast noch nicht so ganz fest. Die haben noch nicht gedreht. Das heißt, wenn ihr Vorschläge habt, wer soll da hin, schreibt die in die Kommentare. Wir werden die Staffel hier natürlich zusammen anschauen. Das heißt, unbedingt auch meinen Kanal abonnieren. Und wenn euch diese krasse News gefallen hat, freue ich mich sehr über einen Daumen nach oben und natürlich auch, wenn ihr es teilt. Hier verlinke ich euch nochmal die Playlist zu Promis unter Palmen. Schaut euch das an. Das ist ein Spektakel. Und hier gibt es noch mehr Reality-TV. Ich bin mega gespannt, was Sat.1 jetzt macht, weil diese Meldung ist so sicher und das ist kein Gerücht. Es ist die Wahrheit. Wir sehen uns hier und ganz bald natürlich auf meinem Kanal. Ciao!